Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Denn heute geht es weiter mit der Serie Behind the Photo. Inzwischen ist es der dritte Teil. Und heute geht es um ein Foto, was ich in New York geschossen habe. Viel Spaß damit. Zuallererst möchte ich mal eine kurze, knackige Ankündigung machen. Und zwar in meinem Online-Store gibt es ab sofort endlich die Workshops für 2018. Viele von euch hatten ja schon nachgefragt, wann die endlich online kommen. Ich hatte ja vor einem Monat schon angekündigt, dass da Workshops kommen werden und auch Fotoreisen. Und ab sofort ist es soweit. Du kannst jetzt auf meinen Online-Store gehen, www.stephanschäfer-store.de und da die Workshops und Fotoreisen für 2018 dir angucken. Da sind alle Informationen mit dabei, Preise, Dauer, was man braucht und so weiter. Schau einfach mal durch, ob da was für dich mit dabei ist. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, dich einfach mal persönlich auf so einem Workshop begrüßen zu können, dich kennenzulernen und einfach ein bisschen mit dir in Kontakt zu treten. Also, wenn du Interesse hast, schau einfach mal vorbei. Ich möchte dir heute die Geschichte zeigen von dem Bild aus New York, was ich gemacht habe, und zwar von der Manhattan Bridge aus. Ich mag dieses Bild ganz besonders, weil es halt eine Skyline zeigt, eine sehr bedeutende Skyline, die es so in der Welt nicht so oft gibt. Und dazu habe ich noch ein cooles Gewitter fotografiert. Und für mich persönlich bedeutet das relativ viel. Erstens mal fotografiere ich nicht sehr häufig Gewitter und zweitens mal bin ich auch nicht sehr häufig in so einer coolen, großen Stadt. Und die Kombination aus beidem macht das Bild für mich ganz besonders. Du siehst jetzt hier, ich stehe auf der Manhattan Bridge und habe quasi die Lower Manhattan Skyline fotografiert. Mit dazu natürlich auch noch die Brooklyn Bridge, das ist die Brücke hier vorne, die quasi die erste Brücke ist zwischen Brooklyn und Manhattan. Und das macht das ganze Bild natürlich extrem reizvoll, besonders für mich. Du siehst jetzt hier, das ist das fertige Bild, so wie es am Ende dabei rumgekommen ist. Ich möchte dir jetzt mal ganz kurz das Ausgangsmaterial hier zeigen. Und zwar, das ist jetzt hier so das Grundbild, was ich geschossen habe. Das ist die unbearbeitete RAW-Datei. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann siehst du hier auch, ich habe mit einer Blende 8 fotografiert, mit ISO 100. und 3 Sekunden Belichtungszeit. Das Ganze bei 34 Millimeter. Ja, ich hatte da mein Zoom-Objektiv drauf, das ist 24 bis 70 Millimeter. Und das Ganze wurde mit meiner Nikon-Kamera fotografiert. Das war die Nikon D800, falls das interessiert. So ein Foto kann man mit jeder Kamera machen. Von daher ist es völlig irrelevant. Aber es gibt ja immer wieder einige Leute, die da nachfragen. Deswegen auch so viel, das war die Nikon D800. Ich möchte dir mal einen ganz kurzen Auszug zeigen, wie ich da fotografiert habe. Denn ich habe glücklicherweise tatsächlich an diesem Spot auch gevloggt. Das bedeutet, ich hatte da meine kleine Videokamera mit dabei. Und da kann man nicht viel rausziehen, aber so ein bisschen was. Und ich möchte dir einfach mal so ein bisschen zeigen, wie es in der Umgebung aussah. Wir mussten die Kamera durch so einen kleinen Zaun durchstecken und so weiter. Das war nicht ganz ohne, aber trotzdem ist es am Ende richtig cool geworden. Und ich möchte dir jetzt, bevor ich dir die weiteren Bilder zeige, einfach mal diesen kurzen Ausschnitt zeigen. So Leute, kurzes Update zur Location. Wir sind immer noch da. Es ist inzwischen relativ dunkel, aber es gewittert wieder. Und ich habe gerade schon zwei richtig geile Blitze eingefangen über Manhattan. Sieht richtig fresh aus. Ja, mal gucken, was man draus machen kann. Aber ich denke, es wird ein richtig geiles Unwetterfoto. Wie ihr vielleicht auch am Ton hört... Oh shit, dahinter hat es richtig geblitzt gerade. Wie ihr vielleicht auch am Ton hört, es ist schon extrem windig. Ich hoffe, es zieht an uns vorbei, aber man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall werden wir hier bald auch die Segel streichen und nach Hause fahren. Ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, war es schon sehr, sehr windig. Und es hat auch schon sehr stark gewittert. Und man musste sich schon überlegen, okay, bleiben wir jetzt auf dieser hohen Brücke oben? Oder packen wir doch die Sachen? Aber im Endeffekt sind wir dann doch geblieben, weil das Gewitter noch relativ weit weg war. Und von daher hat sich das Ganze dann auch gelohnt. Ich habe, wie gesagt, die Kamera auf ein Stativ gestellt und dann immer wieder drei Sekunden belichtet. Immer wieder zack, hintereinander weg. Und einfach in der Hoffnung, dass irgendwann auf diesen Aufnahmen mal ein Blitz zu sehen ist. Und ja, ich zeige jetzt einfach mal die Aufnahme, die ich am Ende ausgewählt habe für meinen Blitz. Also ich habe mehrere Aufnahmen geschafft, wo es Blitze zu sehen gibt. Aber diese hat mir besonders gut gefallen, weil dieser Blitz hier sehr viele Äste noch drin ist. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, aber ich glaube, man nennt es Äste oder ja, er teilt sich irgendwie. Also ich bin jetzt kein Wetterexperte, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also er teilt sich hier relativ stark und das finde ich extrem cool. Selbst hier oben haben wir noch Teile von diesem Blitz zu sehen. Ich finde es auch sehr stark, dass diese Wolke dann natürlich sehr stark angeleuchtet wird von diesem Blitz. Und ja, so diese Kombination insgesamt hat es dann gebracht. Also mit dem Ursprungsbild hier, das war das Ursprungsbild. Das habe ich genommen hier für die Grundbearbeitung. Dann konnte ich damit hier den Blitz noch mitverwenden und einblenden. Und wie du vielleicht weißt, mache ich auch immer noch eine Bracketingaufnahme. Das bedeutet eine Überbelichtung und eine Unterbelichtung. Die Unterbelichtung in dem Fall jetzt hier gerade so für die Teile im Bild, die schon relativ stark überbelichtet sind. Also hier einige Fenster, hier diese Werbetafeln und so weiter. Und die Überbelichtung, die wollte ich haben, das war dann in dem Moment, waren es sechs Sekunden, also eine Plus-Eins-Blende. Also eine Blende überbelichtet. Die wollte ich haben, um das Wasser hier noch so ein bisschen glatter zu bekommen. Wenn du dir das jetzt hier mal anguckst, in der Aufnahme oder auch gerade in der Blitzaufnahme sieht man das relativ gut, weil das Wasser dann noch ein bisschen besser angeleuchtet wird. Da haben wir noch relativ viel Struktur in diesem Wasser drin. Und mich persönlich lenkt diese Struktur mal so ein bisschen von dem eigentlichen Bildmittelpunkt ab. Der Bildmittelpunkt ist natürlich jetzt hier die Skyline und auch der Blitz. Aber nicht so sehr das Wasser. Und von daher mag ich es immer, wenn das Wasser in so einem Moment relativ gerade ist, weil es dann einfach den Betrachter nicht so sehr ablenkt. Von daher habe ich jetzt hier eine Belichtung, wo das Wasser relativ gerade ist. Und der zweite große Vorteil, ich habe hier wirklich durchgehende Lichtspuren von den Autos. Das wollte ich auch unbedingt haben. So sollte das aussehen. Wenn du dir jetzt hier mal die Normalbelichtung anguckst, da sind so ein paar Unterbrechungen einfach drin. Weil klar, bei drei Sekunden kann man das nicht durchgängig machen. Bei sechs Sekunden ist das schon ein bisschen was anderes. Da fahren wir genug Autos langfahren. Hier haben wir wirklich durchgezogene Lichtspuren. Und das ist schon relativ cool. Und das Ganze habe ich jetzt so zusammengemixt, dass es am Ende dieses Bild geworden ist. Zur Komposition habe ich mir folgende Gedanken noch gemacht. Das ist ja eigentlich ein Fotomotiv, was wirklich sehr, sehr dankbar ist. Vielleicht siehst du es ja hier selber schon. Du hast sehr viele führende Linien, die in den Bildmittelpunkt führen. Zum Beispiel hast du jetzt hier diese Lichtspuren auf der rechten Seite, die in den Bildmittelpunkt führen. Du hast hier zum anderen die Brooklyn Bridge, die von links in die Mitte reinführt. Und du hast auch diesen Blitz, der von oben in die Mitte reinführt. Das heißt, wir haben genau hier unseren Bildmittelpunkt. Also wirklich fast genau in der Mitte des Bildes. Und das ist extrem cool, wenn man so eine führende Linie hat und die nutzen kann, um den Betrachter wirklich so in den Bildmittelpunkt zu leiten. Wir haben hier auf der rechten Seite noch das World Trade Center, was natürlich auch nochmal sehr hervorgehoben ist, was eine Sonderstellung irgendwie hat in diesem Bild. Aber auch tatsächlich so ein bisschen verdeckt ist. Aber das war mir in dem Fall egal. Es ragt trotzdem noch gut hervor. Und die Gebäude sind eigentlich alle relativ gut einzeln separiert. Viel besser ging es nicht. Wir haben noch ein bisschen probiert. Weiter rechts, weiter links. Aber das war dann wirklich so eigentlich der optimale Standpunkt. Ich könnte dir jetzt natürlich auch die ganze Bearbeitung zu diesem Bild zeigen. Und ich wollte dir das auch nicht vorenthalten. Allerdings schaffe ich das nicht hier in diesem Format. Weil diese ganze Bearbeitung hat insgesamt eine Stunde gedauert. Deswegen habe ich mir wieder gedacht, ich mache dazu wieder ein Workflow-Video. Ein kleines Videotraining zum Thema Workflow. Und das habe ich auch aufgenommen für dich. Und das gibt es ab sofort auch in meinem Online-Shop. Für gerade einmal 15 Euro kriegst du da eine Stunde Videocontent mit den Raw-Dateien dazu. Also alle diese vier Raw-Dateien, die du jetzt hier siehst, die sind alle mit diesem Paket mit dabei. Und du kannst wirklich eins zu eins dieses Bild mitarbeiten. Das ist also relativ cool. Das Ganze dauert, wie gesagt, eine Stunde. Es ist so erklärt, dass eigentlich jeder das versteht. Ein paar Grundkenntnisse solltest du in Photoshop haben. Also du solltest jetzt nicht der absolute Anfänger sein, der Photoshop gleich das erste Mal aufmacht. Aber es ist schon so erklärt, dass du jetzt keine großen Kenntnisse in Photoshop haben musst. Also du solltest wissen, was eine Ebene ist und was eine Maske ist. Aber viel mehr brauchst du dafür eigentlich nicht. Ja, das war es zu der Geschichte, zu diesem Foto. Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn du, wie gesagt, Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Ich freue mich da immer, wenn du Kommentare schreibst, weil dann kann man noch ein bisschen diskutieren. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast und das vielleicht das erste Video war, was auf diesem Kanal gesehen hast, dann auf jeden Fall abonnieren, denn es gibt immer jede Woche zwei neue Videos. Und guck auf jeden Fall mein Online-Stuff vorbei. Da gibt es jetzt dieses Videotraining und auch die Workshops für 2018. Also ich freue mich, wenn du damit am Start bist, dich vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen. Und das würde mir natürlich sehr viel bedeuten, einfach mal meine Zuschauer auch so ein bisschen in persönlichen Kontakt zu treten. Also wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017